Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Für Nüsse, Für Nüsse 2020. Wir sind ein bisschen laut, oder? Für Nüsse, jetzt sind wir ein bisschen leise. Für Nüsse 2020, jetzt haben wir die perfekte Lautstärke. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Hindsight is 2020, also in der Rücksicht. Im Rückblick macht man keine Fehler, sagt man so schön. Das sollte auch der Titel dieses Jahres werden, was gut angefangen hat. Wir stehen kurz vor dem dritten Weltkrieg, Australien brennt. Iran sucht Vergeltung. Ja, alles. Ist zum Glück nur eine Atommacht. Ja, aber gut. Muss man sich auch dran gewöhnen, dass nicht immer alles so glatt läuft. Ja, aber die Evangelien haben doch für Trump gebetet oder mit ihm zusammen. Ja, Gott ist auf Trumps Seite, denn keines der anderen Länder ist es. Ich verwechsel es mal. Trump ist der Stellvertreter Gottes auf Erden, so wie der Papst. Nee, der Papst bittet um Audienz bei Gott, äh, bei Trump. Ja, jetzt habe ich ja ein bisschen was. Und Tampons sind günstiger geworden. Echt, unglaublich. Also beziehungsweise dieser Steuersatz hat sich jetzt geändert, weil früher wurden ja Tampons besteuert wie ein... Jesusgüter. Genau. Nee, beziehungsweise wie jedes normale Gut, nicht wie ein Essential fürs Leben. Genau, was ja totaler Schwachsinn ist. Ja. Und Mensch, 2020. Ja, was für ein Vorwort. Wie gesagt, das Fels kam auf, dass in Australien die Fläche Belgiens brennt. Ja, und Neuseeland dadurch halt irgendwie schon Temperaturunterschiede und ein paar Gletscher sich verabschiedet haben. Ja, der eine Gletscher sieht aus wie karamellisiert in Neuseeland. Der eine Brand in Australien... Ist das abgetragen? Ja, ja, irgendwelche Staubpartikel, Staubrußpartikel. Der eine Brand in Australien hat seine eigene Wetterzone. Na, der sorgt halt dafür, dass heiße, staubige Luft aufsteigt und entwickelt dann quasi so ein Mikroklima. Okay, und dann... Ja... Es regt doch bestimmt auch unheimlich schwefellastiger Regen dann ordentlich ab, oder? Ja, das ist recht. Das ist unglaublich. Also ich meine, in Australien war ja den ganzen Dezember über, waren da Rekordtemperaturen von über 40 Grad. Das waren doch schon irgendwie... Die 50 wurde doch irgendwie schon mal gerissen, oder nicht? Das war die Tagesdurchschnittstemperatur über 40 Grad. Also, ja, dann wird das wahrscheinlich in der Spitze die 50... Das ist ja der Schattenwerte, ne? Ja, ja, ja. Also, du weißt von wegen, da verlierst du halt das... Ja, und vor allem dann wirklich im Busch, also wo du halt nichts hast, was irgendwie Schatten spendet und den ganzen Tag die Sonne drauf scheint. Ja. Alter Finne, ey. Und auch, wenn du mal, ich weiß nicht, hast du mal Videos aus Australien gesehen? Also, Tagesschau, Einspieler, ja. Also, ich habe, ich folge relativ vielen Australiern auf Social Media wegen der Podcasts, die ich höre. Und das ist, wenn die halt da übers Land fahren, durch so eine graue Staubwolke, wie bei Mad Max, wenn sie in diesen, also bei einem neuen Mad Max, wenn sie in diesen Sturm fahren. Aber sind die ja nicht eigentlich jetzt auch permanent mit Gesichtsschutzmasken unterwegs? Also, weil du atmest doch nur Scheiße dann die ganze Zeit auch. Also, auch wenn du nicht im Bedrohten... Ich weiß es gar nicht, aber ich habe bisher noch keine gesehen mit Gesichtsschutzmasken. Aber obwohl auch selbst in Sydney, also Sydney war ja in so einer Wüstenwolke gefangen, was auch schon mal vorkam. Am geilsten finde ich auch der Premierminister Australiens, Scott Morrison. Er ist ja auch ein großer Anhänger der Kohle- und Ölindustrie. Ich wollte ja sagen, ganz Australien ist ja also politisch gesehen eher so White Coast-style. Ja, es ist halt, also vor allem auch das Gleiche wie in Deutschland oder wie in den USA auch. Auf dem Land wählen alle konservativ. Also, die Liberal Party und die Städte... Also, Canberra sind, also kläglich versuchen, dagegen zu kämpfen. Ja, Sydney, Canberra, Melbourne und Perth. Das sind so die vier großen Städte. Wow. Und ist wahrscheinlich auch in Deutschland verteilt. 98 Prozent leben auf dem Land. Wahrscheinlich irgendwie so. Also, absolutes Desaster. Auch schön passend dazu. Hast du mal die Karte gesehen, wo in Deutschland noch Windkrafträder aufgestellt werden können? Wegen dieser 1000-Meter-Regelung? Nein. Lächerlich. Also, ganz Deutschland ist nur so eine rote Karte mit so ein paar versprengelten weißen Flecken. Echt? Ja. Okay. Also, es gab ja im... Ich sitze auf einem neuen Stuhl, falls ihr wundert, dass ich meine Gelenke habe. Noch nicht. Ja. Warte mal, bis du so länger auf dem Stuhl sitzt. Ist das von Inge? Es gibt ja diese neue Regelung, dass Windkrafträder 1000 Meter Abstand brauchen zu Siedlungen. Und eine Siedlung... Von Katan. Ja. Ja. Jedes Brettspiel, der Siedler von Katan, muss 1000 Meter Abstand zu einer Windkraftanlage haben. Gut, dass du es nochmal erklärst. Und eine Siedlung sind jetzt fünf Häuser. Ich meine, glaube ich, die kleinste Gemeinde Deutschlands, doch irgendwo in Stichsburg-Holstein, wo halt irgendwie zwei, drei Bauernhöfe und das muss erst mal finden. Also so zwei, drei Gemeinden ausgeschlossen. Ja. Die restlichen können alle nicht... Ja. Wow. Es ist und geil war, es gibt so ein, ich weiß gar nicht, ich glaube für die Welt schreibt der, Tihi oder so heißt der? Tichis Blick, Tichis Weltblick oder so heißt das? Tihi. So ungefähr war der Text auch. Er hat dann nochmal lang und breit erklärt, warum Windkrafträder so schlecht sind fürs menschliche Gemüt. Wir sind evolutiv darauf ausgelegt, den Horizont schön zu finden und Windkrafträder machen uns das kaputt. Deswegen machen Windkrafträder seelisch traurig. Hat er dabei gerade ein schönes Stück Hack auf seinen Kodeofen gelegt? Ich weiß auch nicht. Also ich meine, du kannst auch nicht in der Stadt leben oder neben einem Wald. Das macht er wahrscheinlich auch nicht. Nee. Oder auf dem Plateau. Wohnt auf freier Fläche. Ja. Wie hieß nochmal dieser Tom Cruise Film, wo er auf so einer ganz krassen, hohen Basis irgendwas Futuristisches lebt und immer in so einem selben Kreislauf, in dem er irgendwann durchbricht. Oblivion. Oblivion. Ist es das, wo er mit so einer, ich weiß nicht, ob es eine Roboterfrau ist, mit der er da lebt? Ja, wo Morgan Freeman irgendeinen Widerstandskämpfer auf der Erde spielt. Echt? Ja. Ist das nicht irgendwie The Book of Eli oder so? Nee, das ist... Das ist doch Morgan Freeman. Das ist Denzel Washington. Ach, siehst du. Morgan Freeman ist deutlich älter. Morgan Freeman war Gott, ne? Ja. Nein, das war Trump. Das war eine Falle. Aber Morgan Freeman hat eine bessere Stimme als Trump. Die Originalstimme. Ja. Also ein guter Start ins Jahr. Es läuft alles fantastisch, global. Aber Sharon ist 17 geworden. Ich weiß nicht, ob du Sharon mitbekommen hast. Hatte dir nicht Greta Thunberg letztens geboren? Ja, ja. Ja, oder dir? 17. Greta Thunberg hat sich auf Twitter jetzt Sharon genannt. Achso, das ist das, was du ansprichst. Genau, das war so ein viral gegangenes Video von so einer britischen Quizshow, wo es darum ging, welche 16-jährige Klimaaktivistin hat weltweit 2019 für Aufsehen gesorgt. Und die Britin saß da, Sharon? Aber die ist ja eh ein bisschen lustig, auch als Trump meinte von wegen, ja, die ist so ein bisschen, was war denn da, so ein gestresstes, verzogenes Girl, dass man chillen sollte und Pizza essen und ins Kino. Und hat das doch in ihren Facebook-Account als Beschreibung reingesetzt, dass sie halt ein verzogenes, ja. Ja, ja, die hat da durchaus Humor, glaube ich. Ja, ich mache mal ganz kurz, die Timeline macht ja ganz komische Sachen. Ich mache mal ganz kurz Stopp und dann können wir weitermachen. Um irgendwie eine Leidenschaft von jemandem auszuarbeiten. Ja. Auch so, leben. Ja, du kannst den Stuhl auch drehen, dann kannst du öfter hingucken. Nee, weil dann würde ich, glaube ich, ganz wenig sagen, weil das ist schon ziemlich spannend. Es ist faszinierend, es ist ein bisschen, als ob man auf eine Lavalampe guckt. Jetzt die Kombination aus diesen Nivea-Videos, wie die da halt irgendwie Abdeckmaterial präsentieren, wie dieses zu tätowierte Model komplett bleich ist. Und dann noch die Komponente, dass ich ja beide kenne. Einen ziemlich gut. Und es würde mich komplett zierzerreißen. Ja. Ja, wie heißt der Kanal, wo das demnächst zu sehen ist, weil jetzt vielleicht tausend Leute sich fragen? Lee Chi. Wie die Frucht. Wie die Nanny. Lee underscore Chi. Und das könnte man nicht irgendwie einfacher finden, indem man Dortmund eintippt oder so? Kannst Dortmund, Ariel, Parodie eintippen. Und dann findest du den Kanal, wo man Klaus sieht, wie er zum ... Zu Geralt of Rivia. Ach so, ich dachte einfach, die Zeit ... Ach nee, das hab ich ja. Ja. Nee, nicht einfach nur. Ich finde, er sieht einfach mit 70 so aus. Ja. Sehr müde sehe ich am Ende aus. Auf jeden Fall. Jetzt wirst du mit 70 auch. Das lässt sich nicht leugnen. Ich sehe ja jetzt schon manchmal. Manchmal ganz selten. Ganz selten. Ganz selten. Ja. Ja. Okay, soll ich mal zu einer Frage kommen? Ja. Dirk holt seine Frage aus seinem Fragenotizblog. Genau. Ich muss noch ein paar ... Zahlen und Fakten. Genau. So ein bisschen ... Ich komme hier sonst komplett durcheinander. Klaus, welche Nordseeinsel ist am teuersten pro Nacht aufenthalt? Ja, genau. Oder ... Das ist lange Oog. Wie war die Frage? Welche Nordseeinsel ist pro Nacht aufenthalt am teuersten? Das ist nicht Sylt, das ist Langeoog. Echt? Ja. Ich war schon mal auf Langeoog. Weil es da so wenig und dennoch geliebte Orte gibt? Okay. Ah, ja. Faszinierend. Faszinierend. Meine Frage ist eh nicht faszinierend. Wie umgehen Klaus und Dirk das Großvaterparadoxon? Dazu muss ich jetzt so das Gedanken dahinter so ein bisschen anhängen. Und zwar kam ich darauf, weil einer unserer Milliarden Mithörer, und zwar ein sogenannter Timo ... Hat seinen Großvater umgebracht? Ich hoffe mal nicht. Aber er hat mich da zu verleitet, inspiriert, weil er hat mir erzählt, dass er halt in einem Kneipengespräch, dass er RTL hasst. Was? Wie kann man RTL hassen? Ich wollte gerade sagen, im Gegensatz zu dir, du liebst es ja. Guck, hier läuft im Hintergrund RTL, die Mario-Bart-Dieter-Nur-Sonntags-Show. Ja, du hast ja noch RTL Plus auf deiner linken Po-Backe tätowiert. Es verblasst langsam. Gebt auch Geld aus für RTL TV Now. Ja, aber es ist ... Ah, ja, genau. Das ist der Streaming-Service von RTL. Aber auch nur, um die alten GZSZ-Folgen zu sehen. Genau, weil wenn ich es gucke, dann gucke ich es trotzdem im freien TV Now, damit ich die Werbung noch mitgucken kann. Ja, aber da hast du ja nicht dieses Archiv, was du bei TV Now hast. Ja, ja, genau. Machen wir jetzt ein bisschen Werbung, merke ich gerade. Ja, stimmt. Nichts ist positiver als unsere Gebärdensprache hier. Und jetzt das Gedankenexperiment. Wir bringen Dieter Thoma um. Klaus und Dirk reisen in die Vergangenheit, ins Jahr 1984, beziehungsweise vielleicht 1982, ich muss nochmal nachschauen, um Dieter Thoma davon abzubringen, RTL Plus damals on air zu packen. Deswegen habe ich Großvater Paradoxon gesagt, weil das beschreibt ja, ist ja dieses theoretische Part in der Zeitreise, in die Zeitreise in die Vergangenheit, dass das ja nicht funktioniert, weil wenn man zurückgeht, so wie zurück in die Zukunft ja aufgebaut ist, die Vergangenheit verändert, sei das nicht möglich, weil das alles schon geschrieben ist. Ja, aber es kommt ja auf die Definition der Zeitreise an, also auch die Zeitreise-Filme haben das ja unterschiedlich. Also jeder Terminator-Film schafft einen Paradoxon. Genau. Ja. Und da geht es halt darum, ganz einfach, jemand reist zurück und bringt seinen eigenen Großvater um und somit löscht er sich selber aus der Zeit heraus und das haben ja verschiedene, wie du auch gerade sagst, schon Filme etc. mal erklärt. Also lustigerweise habe ich gelesen, die kannte ich halt nicht, aber weil ich es nicht so verfolgt habe, Futurama war wohl so, dass Fry mal in die Vergangenheit gereist ist und hat aus Versehen seinen Großvater umgebracht. Damit haben sie das halt thematisiert. Er hat versucht, wollte das dann halt einfach so lassen und dann hat ihn jemand erklärt, dass es gerade dieses Großvater Paradoxon gibt und er sich somit auslöscht, aber erst wenn er wieder zurückreist und dann hat er überlegt, was er macht und hat dann mit seiner Großmutter angebändelt und kam dann als sein eigener Großvater zurück. Ja, ich erinnere mich sogar an die Folge. Echt krass. Aber es erklärt natürlich auch ein bisschen Frys Charakter, dass er aus einem relativ restriktiven Genpool kommt, wie ein Zuchthengst. Ja, genau. Und da hatten wir nämlich das Problem, dass am 2. Januar 1984 um 17.27 Uhr damals aus Luxemburg sendete RTL Plus, benannt nach dem luxemburgischen Radio. Radio, Television, Luxemburg, ja. Begann halt RTL in Deutschland zu starten. RTL. Das Privatfernsehen nahm in der Bundesrepublik Deutschland am 1. Januar mit dem auf zwei Jahre angelegten Ludwigshafener Kabelpilotprojekt seinen Betrieb auf. Das war die Geburtsstunde von PKS damals, heute Sat.1. Und einen Tag später kam dann halt 17.27 RTL dazu. Okay. Das wäre nämlich meine Frage, wäre RTL der erste Privatsender? Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Okay, aber das war erst Sat.1, dann RTL. Und das jetzt auch schon wieder, eigentlich beschreibt es schon RTL super, der ungewöhnliche Sendestadt fand in der Villa Louvigny mit folgender Spielszene statt. Chefarzt Rainer Holbe entband in einem Kreißsaal mit seiner Geburtshelferin einen Fernseher, auf dem das RTL Plus Logo zu sehen war. Die Sendezeiten waren damals Montags bis Freitag 17.30 bis 22.30 Uhr und Samstag bis Sonntag 17.30 bis 24.00 Uhr. Die erste RTL-Sendung nach dem Sende-Schuss war die News-Show 7 vor 7 mit Hans Meiser und Gerd Müller-Gerbes. Ich wusste gar nicht, dass Gerd Müller-Gerbes nach... Gerd Müller-Gerbes. Gerd Müller-Gerbes war damals der Moderator bei Wiebitte. Wo sieht man diese... Ah, da sagt mir der Name was. Ja, ja, ja. Gerd Müller-Gerbes. Der hat doch mal... Oder Gerd Müller... Keine Ahnung, der hat so ein bisschen die Leck gesprochen. Ich erinnere mich auf jeden Fall an den Namen Gerd Müller-Gerbes. Ich habe mich nur gerade gefragt, aus welchem Kontext heraus. Jetzt ist die Frage natürlich, versuchen wir in das Jahr zu reisen. Am besten würde ich sagen mit dem Kühlschrank, weil das ist ja so der Anfang, was du mir erzählt hast, die Idee von Reisen, Zeitreise bei Zurück in die Zukunft. Bloß dann hatten sie ja Schiss, dass die Kinder in den Kühlschrank gehen und würden ersticken. Der DeLorean ist auch deutlich cooler als der Kühlschrank. Also kannst du ja heute vorstellen, dass die ganzen Fans, die jetzt einen DeLorean inklusive Flux-Kompensator nachgebaut haben, auf irgendwelche Conventions gehen, um ihre Kühlschränke zu zeigen. Das stimmt. Das klingt auch ein bisschen komisch. Jedenfalls 84 am 31. Oktober bis 98 war Helmut Thoma zunächst 84 Direktor von RTL Plus, ab 86 Sprecher der Geschäftsführung von RTL Plus, Deutschland Fernsehen, GmbH und Co. Oker G. Die Sache ist aber, der war ja nicht seit 84 bei RTL, also bei Radiotelevision Luxemburg. Helmut Thoma wurde 82 Programmdirektor von Radio Luxemburg. Jetzt meine Frage, ob wir ihn bei Radio Luxemburg lassen und einfach nur irgendwie überzeugen, RTL als Sender in Deutschland nicht zu präsentieren oder ob es dann eh irgendwer anders gemacht hätte oder ob wir 84 direkt. Ich würde ja sagen, für den Spannungsbogen lieber direkt und knapp, dass bei uns immer alles so verdammt knapp sein muss. Das heißt, du würdest ins Jahr 84 gehen. Ja. Also beziehungsweise ist ja eine ganz knappe Kiste, weil wir müssten dann ja entweder an den 2. Januar vor 1727. Ich sage, wir kommen in der Silvesternacht an. In, aber würden wir dann auch, weil örtlich ist ja nur beschrieben, dass die ersten zwei Jahre wurde es aus Luxemburg ausgesendet und dann in Köln. Ja. Ab 86 glaube ich in Köln. Okay. Die Frage ist, ich habe jetzt nur diese komische, diese Szene, die sie da hatten, in dieser Villa, ob wir dahin gehen oder ob wir versuchen, Jürgen Thoma zu finden, wo der dann halt zu der Zeit krumm bin. Ganz kurz, wie heißt er oder hast du ihm jetzt glaube ich auch, der heißt Dieter Thoma, Jürgen Thoma, Helmut Thoma, du hast jetzt glaube ich alles schon mal gesagt, bin ein bisschen verwirrt. Der heißt Helmut Thoma. Helmut Thoma. Ich habe Dieter Thoma gesagt. Du, ja, du, wegen Heck wahrscheinlich. Ja. Ist übrigens ein gebürtiger Wiener. Ach Gott, es wird immer schlimmer, ey. Er ist ein Medienmanager, was ist denn? Ein gebürtiger Wiener. Ja. Zunächst eine Ausbildung in einer Molkerei. Was die Leute damals gemacht haben, ey. Anschließend Studium für Rechtswissenschaften. Und jetzt kommst du ohne achtjähriges Studium in dem Fachgebiet nicht mal mehr in die Nähe von so einer Sendeanstalt. Bis 66 waren verschiedene Kanzleien tätig und dann ab 66 begann er als juristischer Mitarbeiter beim ORF. Also ob man ihn da schon packen will, aber du hast ja gesagt, dass wir knappe Kiste machen. Wir können ja erstmal überlegen, was also ist juristischer Mitarbeiter, Jurist, hat früher für eine Molkereifirma gearbeitet, also niemand. Später Rechtsabteilung vom ORF. Ja, also niemand dem Fernsehen oder Medien an sich am Herzen liegen. Was ist ein Prokurist? Kurze Frage. Prokurist ist es auch. Dann wechselte er als Prokurist der Generalvertretung zu Radio Luxemburg und zwar 73. Ich glaube Vertragsrecht oder so. Ich glaube, es ist auch irgendein juristischer Begriff. Ah, Prokurist ist in Deutschland, Österreich, in der Schweiz bei Unternehmen einer durch einen Kaufmann an Mitarbeiter erteilte umfangreiche geschäftliche Vertretungsmacht. Vertretungsmacht, achso. Und den später übernahm er, nämlich bevor er 75 alleiniger Geschäftsführer wurde. Der hat sich ja da mal ganz gut durchgebringelt. Ja, aber da ist er schon auch jahrelang dann im Business, bevor er RTL gegründet hat. Da hat er dann das Melken gelernt. Das ist gut, ne? Also ich meine, die Frage ist ja, machen wir das? Also das ist ja, sollten wir vielleicht mal grundsätzlich klären. Ist es moralisch vertretbar, dass wir RTL … Das bedeutet ja auch nicht nur RTL, sondern das bedeutet ja RTL 2, Super RTL, RTL Nitro, Fox. RTL 2 liegt mir ja viel. Das haben die noch, haben doch irgendwie so eine Nachrichtenidee, ne? Phoenix war ARD und ZDF. NTV, glaube ich? NTV, dachte ich, wer prosiden soll als Medialg. Nee, das ist N24, schrecklich. Obwohl inzwischen, glaube ich, auch nicht mehr N24. N24 gehört, glaube ich, inzwischen der Welt, also den Guten. Der seufzt gerade ein wenig. Nur aufgrund der Bilder. Hm, völlig zu Recht. Der schaut fasziniert auf meine weißen, langen Haare. So ein bisschen Mischung aus so einem Wrestler, Santa und irgendwie … Ja, vor allem diese leichten Locken der Perücke sind. Falls du gerade guckst, warum ich auf dem Video so schmerzverzerrt schaue, ist es, weil Lee mir eine Nadel in den Kopf sticht. Das ist Akupunktur. Du brauchst gar nicht so gucken, als ob du mich hörst. Es gibt ganz wichtige Punkte und sie hat bestimmt da so ein paar Punkte getriggert. Drei, vier getroffen, ja. Ja, das ist Akupunktur. Ich habe auch schon eine Nadel im Kopf gehabt. Sie hat hoffentlich versucht, mit der Sicherheitsnadel rein, durchs Fleisch und wieder raus. So hält es am besten. Genau. Und jetzt kann man auch ziehen. Ja, also ist das moralisch vertretbar, dass wir der deutschen Unterschicht die Unterhaltung nehmen? Du meinst, die lesen auch seinen Zirkus? Naja, ich würde ja eher sagen … Das kriegst du ja eh nie verhindert. Aber als Idee ging es ja mir darum, dass er dann sagt von wegen RTL, die Sache ist bloß, wenn wir wiederkommen, da würden wir gar keinen Dank bekommen, weil es RTL niemals gab. Und ich sage dann Timo, ey, Timo, hier, haben wir gemacht, was denn? Und dann sagt er, oh, ich hasse PKS-3 oder so. Wir sind wie die beiden Typen, die Baby Hitler umgebracht haben, weil ihnen niemand gedankt hat, sind sie nochmal zurückgereist und haben ihn dann doch aus dem Fenster gefangen. Könntest du das? Könnte man nicht lieber so was, dass man die Leute bei dem … Vor dem entscheidenden Moment, in dem Hitlers Vater mit Hitlers Mutter Sex hat, gibst du ihm einen Handjob und vernichtest genau das Hitler-Spermium. Du willst dem Vater von Hitler einen Handjob geben? Ja. Und die Mutter ist dabei? Ja. Und Vater Hitler mag das? Muss er ja durch. Und du sagst ihm, ich tue dir was Gutes, glaube mir. Ich tue der Welt was Gutes. Ja. Handjobs for Justice. Das ist so ein bisschen wie … Aber jetzt sagt man nicht, dass das nicht die bessere Variante ist, als Baby Hitler aus dem Fenster zu werfen. Ja, aber ich weiß nicht, ob du den Vater Hitler dazu kriegst, dass er den Handjob annimmt. Gut, dann geben wir der Mutter 50 Reichsmark. Ach so, die gab es damals. Reichsmark? Schon beim … Gab es nicht da noch … Ach nee, wie alt war da … Doch, die Deutsche Reich? Seit wann gibt es denn den Reichsmark? War das nicht die erste Währung auch? 1871? Okay. Hätte ich gesagt. Ich dachte, weil wir danach so viele Währungsreformen hatten, habe ich gedacht, da gäbe es halt noch irgendwie eine, die wir jetzt übersprungen. Die kaiserliche Mark. Naja. Aber es war ja auch das Kaiserreich, deswegen … Nur die reine Mark, also Mark als Begriff gab es nur in der DDR, ne? Die Marki Mark, ja. Wow. Hat Mark Wahlberg noch seinen Burgerladen mit seiner Familie? Oh Gott. Den Wahlburger? Ich will da gar nicht drüber nachdenken. Das erinnert mich nur an diesen Conan-Sketch. Das kann nicht schlimmer sein als Hogan, where is everybody, oder? Dieses Hogan knows best. Daddy knows best. Hogan knows best, ja. Weil die ganze Zeit immer seinen Segway durch seine Wohnung fährt. Ja. Meine Güte, ey. Das ist so, und die anderen traurigen Wrestler trifft, die alle so auseinanderfallen. Ich glaube, den einen von den Nasty Boys, der nur noch an Krücken gehen kann. Ja. Und trotzdem muss er sich jeden Tag von, weiß nicht, sieben Six-Packs Light Butt ernährt oder so. Das ist auch nichts, nichts würde ich auch geiler finden, als immer dieses 2-Prozent-Bier den ganzen Tag zu trinken, um immer so einen ganz geringen Alkoholpegel zu haben. Er bleibt hydriert. Oh, das sieht von hier aus, als ob er Wasser auf seine Tastatur gießt, aber vielleicht das ist 2020. Wir sind in den Zwanzigern. Ja. Endlich. Ja. 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 Also, ne, alles Gute an den Zwanzigern, die Wirtschaftskrise, etc. Kann man alles wiederholen. Ja. Jetzt Bonpflicht. Da freut sich der ein oder andere ein bisschen. Da habe ich auch gefragt. Ich habe auch noch keinen Bon bekommen, ehrlich gesagt. Ich war in Hitzacker beim Bäcker und da habe ich mal eingekriegt und mal nicht. Was halt einfach auch die Leute voll verwirrt. Ja. Ich frage mich halt auch einfach, ich schätze mal ganz, ganz viele, ich meine, die wollen ja, also ich glaube so Bäckerei, Mauschlei ist glaube ich schwierig, aber was glaube ich wirklich permanent, weil wir es ja auch selber kennen, ist halt Kneipenmauschlei. Also da ist ja, also da mal zu sagen, Registrierkasse und hier, das ist alles offiziell. Ja. Also da würde ich mal behaupten, 50 Prozent locker. Ja, aber die Frage ist halt, also ist eine digitale Registrierkasse, eine Pflicht zur digitalen Registrierkasse nicht besser für die Leute, als jedem so ein Stück Thermopapier. Es ist ja nicht mal Papier. Genau, und das ist ja nicht mal Papier, was man recyceln kann. Ja, eben. Also das kannst du ja eigentlich, also auch die Tinte darauf, die ist ja so wichtig, dass du es halt einfach nicht in dem Papier mit schmeißen darfst. Also das ist, du musst das ja theoretisch zehn Jahre bis zur Steuerprüfung aufbewahren, aber nach zwei Wochen ist der Bon weg. Also da hast du halt noch das Stück Thermopapier da. Also ja, so richtig hat da, glaube ich, keiner drüber nachgedacht. Mal wieder. Ja, naja. Gut. Aber jetzt verstehst du richtig, es ist schon Pflicht. Das heißt jetzt sowas wie Lampe oder sowas, brauche auf jeden Fall eine Registrierkasse mit diesem Druckband gelöst. Gilt das für Bars auch? Also ich habe halt vorhin so einen Anwalts-YouTuber gesehen, der Medienrecht sich konzentriert und haut dann halt irgendwie die Neuerungen 2020, weil es ja meist lustig ist, neues Jahr und du weißt gar nicht, oh, so wie die Deutsche Bahn jetzt damit wirbt, von wegen alles wird günstiger, aber weil die halt die Besteuerung der Tickets halt anders sind und sie sagen, wir wollen damit kein Profit rausziehen, sondern es soll halt auf den Kunden abgeschlagen werden und deswegen seien die Tickets jetzt günstiger. Günstiger. Ah, schön, ja. Hast halt nicht mehr diese Spartickets für 19,99, sondern für 17,99. Hat die Deutsche Bahn wieder viel geleistet, das können sie gleich bei der Service-Infrastruktur so weiterführen. Ich habe zu Weihnachten zwei Essensgutscheine von einer Deutschen Bahn gekriegt. Schinken-Käse-Croissant, oder? Fünf Euro. Also ein halbes Schinken-Käse-Croissant. Ja, sie haben auch gesagt, dass sie jetzt die Küche, ich weiß nicht, ob das jetzt für 2020 oder generell schon galt, so ausgeweitet haben, dass die Mischung, Fischkost, vegetarische und vegane Kost in allen ihren ECEs anbieten, die sind wohl alle auch irgendwie Fairtrade-Produkte und immer mehr Bio-Öko-Blabla-Verpackung, gehen null mit Plastik, mehr immer Papier und so. Da habe ich gesagt, wow. Also ich meine, klar ist es trendend auch. Und natürlich ist es auch sehr einfach. Aber das habe ich gedacht, das ist ja eigentlich ganz geil, wenn dem wirklich so ist. Aber ich stand ja schon öfter mal irgendwo, wo sagen, ich kann Ihnen jetzt hier noch einen Snickersäuschen-Lämmerschnitte anbieten bis Isnerbrück. Osnabrück und du denkst, ja, aber ich steige schon drei Stunden vorher aus. Oder das ist die Frage, ist das vegane, ist die vegane Mahlzeit an Erdnüsse und ein Salatblatt? Ja. Und dann halt auch mal diese Wahl mit den 100 Prozent Ökostromen, wo du sagst, ja, aber sobald der durch einen Zug, so einen Bahnhof fährt, dann ist es ja halt ein kleines Wirtschaftsunternehmen und wird da lokal dann halt einfach ein günstigster Stromanbieter. Und dann ist das selten, außer wahrscheinlich, wenn du durch Mecklenburg fährst, halt Windenergie. Ja, ich meine, Windenergie darf ja teilweise gar nicht in den Süden des Landes geleitet werden. Aber wir müssen aus Frankreich vertraglich halt Atomschul kaufen, oder? Ja, also irgendwie sowas ist es doch. Also das ist so absoluter Bullshit. Die ganzen Windanlagen stehen still. Es gibt irgendeinen Windkraftanbieter, der Rotorblätter herstellt, in Deutschland, der jetzt gesagt hat, ja, wir müssen zumachen. Hier kauft keine mehr Windkrafträder. Danke. Danke. Ja, cool. Ja, wir gehen zurück zur Kohle. Ja, die ist sauber. Braun, vor allem Braunkohle, das ist die beste. Die ist so ein bisschen, hast du so ein bisschen Pampe, kannst gleich Trinkwasser draus generieren. Aber jetzt sind auf drei Seiten, hast du ja schon erzählt, das Schwarze Herz Amerikas, so eine geile Doku über halt Kumpel, also Kohlearbeiter aus Amerika, die dann halt irgendwie den Appalachen und sowas halt immer noch Kohle abbauen, alter unter perversesten Bedingungen, irgendwie wo die Schächter immer so so etwas über einen halben Meter hoch sind und die müssen immer auf irgendwelchen Liegefahrzeugen liegen und der halt das Ding fährt, der ist immer so halb angehöhlt und der ist am gefährlichsten dran, weil wenn der halt unter eine Bodenwelle kommt oder über einen Stein, den er vorher nicht sieht, dann kann sofort oben der Kopf abgeknickt werden so und dann ist er auch nicht mit Aua, sondern dann war es das und die so, die Sterberate ist sehr hoch, die meisten Sterber haben schwarzer Lunge, also die abhängen halt nur Scheiß ein und die können auch unten sagen, von wegen mit den Arbeiten, das ist halt total gefährlich und dann kriegen die gar nicht richtig Luft und nehmen alle immer ihr Gesichtsmasken ab, so und dann beschreiben halt irgendwelche 26-Jährigen, dass sie nicht mehr joggen gehen, weil es halt gar nicht mehr geht und so und, aber es ist so krass und die sind dann halt auch richtig dieses Klischee, ganz schlecht gebildet, sind totale Trump-Befürworter, aber viele geben auch zu, wir wissen auch gar nicht, was in der Welt abgeht, wir wissen auch gar nicht, was in den USA abgeht, weil wir immer von jetzt auf heute kämpfen. Ja, natürlich, wie willst du dich mit irgendwas beschäftigen, wenn du kaum dein, also du kannst ja kaum deinen Lebensunterhalt bezahlen mit diesem Drecksjob. Ja, und krass ist halt auch, dass irgendwie, also die sind dann schon in dem Sinne gut bezahlt, aber definitiv geben die dann halt Leben dafür her und halt irgendwie 70 Prozent der ganzen Appalachen, dieser ganzen Naturgebiete gehört halt irgendwelchen Bergbaufirmen, deswegen gibt es keine Konkurrenz, es gibt keine Alternativjobs. Ich muss mal, ich suche mal gerade ganz kurz was zur australischen Öl, Ölunterstützung auf staatlicher Ebene, das hat ein Regisseur, den ich kenne aus Australien gepostet, schade ist aus den Storys raus, aber es war ungefähr sowas wie, wenn du jedem Australier, der sein Haus verloren hat, eine Million für den Neubau gibst und noch 40.000 australische Dollar als Entschädigung, hast du immer noch 14 Milliarden australische Dollar übrig, wenn du dafür die 29 Milliarden, die Öl- und Kohlekonzerne als staatliche Unterstützung bekommen, streichen würdest. Also das ist halt auch immer diese ganze Öl- und Kohleindustrie, es ist halt nur staatliche Förderung, ansonsten wären die Butzen da dicht, weil das halt so, aber ich meine natürlich, also Braunkohle ist ja auch ineffizient, es ist ja nicht nur schmutzig, sondern es ist halt auch ein super ineffizienter Heizstoff. Krass finde ich auch deren Verträge, die sind auch alle am Bang, weil die, ich weiß nicht, ob das normal irgendwie in Amerika ist, aber deren Recht geht plötzlich gegen null, also die können so jede zweite Woche gekündigt werden, oder wenn jetzt der Betreiber sagt von wegen, ja hier, der Schacht ist halt irgendwie ausgeräubert, das war's oder so, dann sind die erstmal weg und dann auch keine Entschädigung, da greift kein Plan B oder so. Das ist völlig normal, also in den USA gibt es ja auch keinen Mutterschutz oder sowas, das heißt nach der Geburt müssen die Mütter halt wieder zur Arbeit, so schnell wie möglich. Sonst verlierst du halt einfach Geld. Also oft halt wirklich drei, vier Tage. Was? Also was für ein bizarres, zurückgebliebenes Land. Ach, was ich auch gehört habe hier, Privatversicherung kann nur noch derjenige werden, der monatlich mindestens 5200 irgendwas brutto verdient. Kannst die anderen, für anderen ist halt Privatversicherung nicht angedacht, weil das ist ja auch einfach, Mensch ohne Geld sollten jetzt auch einfach nicht so was. Ja gut, aber ich meine, das waren ja sowieso zu dreiviertel Beamte. Wie kommen wir denn jetzt mit dem Kühlschrank ins Jahr 1984 beziehungsweise Erster oder beziehungsweise in es knackig haben wir das 2. Januar Vorsitzenden 27. Ich würde ja erstmal ein Gespräch, beziehungsweise die Grundgedanke ist ja, es kann nicht verändert werden, beziehungsweise es sei schon so. Ja, die Frage ist ja, wir schaffen halt eine alternative Zeitlinie. Die Frage, leben wir vielleicht in der Darkest Timeline, in der jemand zurückgereist ist und Helmut Thoma davon überzeugt hat, RTL zu gründen? Wow. Oder haben wir, hatten zweites Ich von uns versucht, das zu verändern und es wurde ein extremer Jürgen Thoma, der gesagt hat, richtig, weil wir gesagt haben, Alter, der Pöbel will halt diesen Zirkusscheiß und will richtig die Scheiße haben, die du dann produzierst mit Atzen-TV und sowas und er kam gar nicht auf die Idee und dann kam er erst darauf, die Idee auf das aus RTL zu machen, was es jetzt ist, dank unserer Scheiße. Weil wir jetzt hier gerade… Weil wir eben erzählt haben, wie schrecklich RTL ist. Genau. Das ist eine Bombenidee. Das ist doch noch so. Aber ich mache viel bessere Formate, zum Beispiel Talkshows. Gerd Müller-Gerbes kann auch gar nicht so gut hier in den Nachrichten. Ich würde den gerne lieber in so ein Infotainment-Ding bringen. Oh ja. Infotainment, ob man das damals schon gesagt hat? Oder hieß das Infohaltung? Wie bitte? Das war auch ein Format. Es ging zwei Jahre nur um die Telekom. Ja. Immer Telekom. Das waren sieben Tage, sieben Köpfe. Das war… Ja. Gott. Ja, die Geschichte, was war das letztens in der Welt oder in der Zeit von der ehemaligen Mitarbeiterin von Rudi Carell, dass er halt der Teufel auf Erden wohl sein musste, halt irgendwie permanent besoffen, sexistisch unterwegs, hat seine Leute voll der Jochbla. Ja. Und dann hat er, hat sie dann immer gesagt von wegen, Alter, ich gehe oder du entschuldigst dich. Aber ordentlich. Und dann ist er mit einem Blumenstrauß vor ihr auf die Knie gegangen und hat sie gebeten, halt zu bleiben, weil sie das so wollte. Und danach wurde er halt zum totalen Terror-Bastard irgendwie überhaupt und hat dann einfach nur gedacht, okay, du kriegst jetzt hier diese fünf Minuten Inszenierung und dann ist dein Leben zu Ende. Der halt auch irgendwie bei der, was war das, bei der deutschen, einen der letzten Auftritte irgendeinen deutschen Fernsehpreis gekriegt oder so und da wurde halt irgendwie sonderlich gekürt und er hat sich bedankt und total rührend auf der Bühne gekniet vor dem deutschen Fernsehen quasi. Lustigerweise sah man, dass er die Knieschuhne anhatte, weil das halt alles schon vorher klar war und er wusste und er hat sich im Hotel schon vorbereitet und die Inszenierung perfektioniert. Da habe ich gesagt, das war sehr geil und gesagt, danke, danke, so lieb und dann langsam auf die Knie und er hat gesagt, ah, ah, ah. Obst du dich ist, er auf die letzten Tage auch zum Ungarn geworden. Danke, danke. Ich wollte damit nur so. Ja, ja, bitte, gib mir, befehle mir. Ach, du meinst, wie heißt er denn, Janosch? Janosch. Ja. Dana, habe ich Mutgeruch oder? Also, ist es dein Freistehender oder ist es dein eingebauter Kühlschrank, der die Zeitmaschine ist? Ich weiß es immer nicht. Ich würde mal sagen, es ist der Freistehende. Der ist ja größer, also in den Eingebauten kommen wir beide nicht rein, glaube ich. Stimmt, wir müssen ja erstmal alles rausräubern und der Fluxkompensator ist vermutlich, hast du noch die Mikrowelle? Ne, habe ich nicht mal, ich habe den Fluxkompensator aus der Mikrowelle rausgenommen. Ah, du bist ein Fuchs. Dana, ein Flux. Okay, dann heißt, wir gehen jetzt auch davon aus, dass Jürgen Thoma natürlich, dass diese Szene live gespielt war und Jürgen Thoma sich auch in dieser Villa befunden hat. Ja, ja. Befand, befunden hat. Wie heißt es? Villa These, Villa Trese. Villa Trese. Villa Real. Genau. Villa, Villa nicht. Villa Riba, Villa Bajo. Die ganzen Gags jetzt einfach runterpimmeln, bis endlich Aron die richtige. Villa Loveni. 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 Ist ein Bauwerk in Luxemburg. Oh mein Gott, wir müssen nach Luxemburg, ey. Das ist schon der erste. Kannst dir vorstellen, wie Luxemburg 1984 war? Ei, ei, ei. Es ist direkt gelegen an der Allee Marconi oder 1871. Wir können ja auch die Burg 1871, die Burg, diese Villa zerstören, die 1871 erbaut wurde. Und um eins dann, sagt er im Jürgen Thoma, also wenn ich nicht das perfekte Setting finde, um meinen Quality-TV-Sender mit Heidi Haida im Abendprogramm zu gründen, dann… War das nicht Sat.1? Ich glaube, die haben sich da beide nichts genommen mit ihren Sex-Cells-Anfängen. Also wenn du da von Sex reden kannst. Tele 5 hat letztens Liebesgröße aus der Lederhose gebracht. Bei Schläferz oder? Nee, irgendwie glaube ich so in Gedanken an. Und danach gab es irgendwie Bang Boom Bang, was es jetzt glaube ich ein Jahr lang am Stück gab. Ich weiß nicht, hat das letztes Jahr im Januar, erster Tag begonnen oder war das mittendrin? Das weiß ich nicht mehr. Was war der Grund? Und? Geburtstag von Dieter Krebs, also Todestag? Ja. Generell finde ich es halt eine lustige Sache, dass man sagt, bei Bang Boom Bang kann man schon wiederholen, dass jetzt, ich glaube Inge hat geheult, als er es gehört hat. Das war ja damals sein Monolog, den er in der Fernsehschauspielschule Berlin präsentiert hat von… Das wäre der Hardcore 90 Minuten echte Gefühle? Genau. Ja, bin ich da auch dabei? Nein. Nee, 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 das war der Anfangsmonolog von Ralf Richter, als er gesagt hat, dass er dann halt, wie er beschreibt, wie der Wagen halt auszusehen hat, der Mercedes, der er dann kaufen soll, wenn er aus dem Knast kommt, dass er dann mit seiner Eulen durch die Schallmauer knallt. Und das ist für ihn Freiheit und so. Ich glaube, das hat Inge inszeniert. Naja, also wir reisen in diese Villa Louigny. Ja. Reisen wir dann auch am 2. Januar und so eine knappe Kiste, so 16.20 Uhr oder was? Oder sagen wir, wir brauchen mehr Zeit? Weil du magst das ja so knapp. Ja, ich meine, wir haben so 23 Minuten, dann sind wir bei einer Stunde. Also wenn wir jetzt sagen, wir besprechen das in Echtzeit. Kurz vor Ausstrahlung. Ja, ich meine, ansonsten können wir ja Jahre zurückreisen und Helmut Thoma beim ORF die Arbeit so madig machen, dass wir nicht auf die Idee kommen, einen Fernsehsender zu gründen. Ja. Oder wir sagen ihm einfach, die Deutschen… Im Melken ist die Zukunft. Die Deutschen sind noch nicht bereit für Privatfernsehen. Das wird nicht lukrativ. Das, da würde ich aber sagen, ja, wir nehmen ihm Ben da mit, davon, wie das Privatfernsehen heute aussieht und zeigen ihm, das wirft so wenig Geld ab, dass die Programme so aussehen. Beziehungsweise kann man ihn nicht mit dem eigenen Fernsehen schocken? Wenn man zum Beispiel sowas wie Bachelor in Paradise oder es gibt doch irgendwie auf RTL 2 so eine Fiki-Insel, wo halt echt nur so eine Pumperatzen sind und es geht nur darum, dass sie halt pimpern. Nicht mal Schauspieler wollen für euch arbeiten. Ja, genau. Hier, guckt euch, ihr habt ein fiktives Format über Lehrer, das heißt Krass-Schule. Die Talkshows aus den 90ern, wo die einfach nur schreien und… Und da gibt es nicht mal, in den Talkshows gibt es nicht mal echte Leute, sondern wie beim Wrestling sind die alle dafür bezahlt, für das, was sie sagen. Da fällt ihm der Kaiserschmarrn bestimmt direkt aus seiner Lippe. Ja. Das ist die Frage, ne? Also können wir ihn moralisch so korrumpieren? Wie gesagt, wir müssen das natürlich alles verbinden mit, das wirft kein Geld ab, deswegen sieht das so aus. Ja, stimmt. Dass alles probiert wurde und mittlerweile so runtergewirtschaftet, dass halt einfach nur noch Atzen im TV sind. Und wir müssen ihnen auch nicht erzählen, das krasse ist ja auch, diese 14 bis 49 hat er ja erfunden. Das ist ja Thomas Idee gewesen, was ja halt alle staatlichen Senden auch übernommen haben, diese Kernzielgruppen. Thomas, das ist das Schlimmste an deinem Erbe. Wir messen heute 15 bis 48. Was? Aber ihr seid noch unter der 50, ne? So wie ich das auch gedacht habe. Aber bei 48. Wir sind ein bisschen progressiver im Jahr 2020. Ich habe das Gefühl, wir haben, also klar, mit der eigenen Soße, die man präsentiert, vielleicht, dann ist die Frage, sagt er hier, abschalten, abschalten? Es gibt so einen großen Hebel, den er betätigen muss. Naja, klar. Es ist wie der Doc, der die Spannung durchschaltet. Oder meinst du, wenn ich sage, aber er wollte ja immer alleine sein, weil sonst hätte ich gedacht, ob er sich bei PKS anschließt und dann Sat.1, aber Sat.1 ist es ja auch nicht, wo du sagst, wow, die könnte ich sehen lassen. Aber zum Beispiel eine Kabel, das gehört ja auch dazu. Und die sind ja, also das Gefühl, die sind so unter, unser Alter, da siehst du dann irgendwie, da siehst du dann halt zurück in die Zukunft und Ghostbusters und, obwohl, zurück in die Zukunft gab es letztens auf Neo, alle drei Teile. Du hast ja erzählt, wie hieß nochmal der andere Schauspieler, der ursprünglich den Marty McFly seien? Eric Stolz. Also da gibt es ja schon viele Szenen von dem. Ich dachte, von wegen, die hätten so ein bisschen. Nein, 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 die haben das komplett gedreht mit ihm. Der Film war fertig. Ach, komplett? Ich dachte, weil ich letztens auch Szenen aus dem dritten gesehen habe, dachte ich, hä? Achso, nein, nein, den ersten. Den ersten haben sie komplett mit Eric Stolz gedreht. Aber wenn er, wenn er, wenn Marty in dieser Blockhütte 1955 in der regnerischen Nacht ist, ist doch Anfang dritter Teil. Ja. Und ist doch Howdy Doody Time, wo, genau, das ist doch der dritte. Und diese Szene, wie er da am Kamin steht und sich umdreht und geht zur Kamera und sagt von mir, oh mein Gott. Und dann hinten ist halt irgendwie der Doc, der da. Und die Szene habe ich gesehen mit. Das muss dann aber aus dem ersten Teil gewesen sein. Wenn er erst 1950 ist und beim Doc ist. Wie ist denn das, wie er damals? Und er, oder ist er bei seiner Familie? Nee, nachdem er angefangen wurde, ist er bei der Familie mit Howdy Doody Time. Und er sagt, das ist eine Wiederholung. Genau. Oder sowas. Aber ich habe die Szene halt gesehen, wie er beim Doktor an den Kamin steht und geht. Und da habe ich die gesehen mit dem anderen Schauspieler. Dann habe ich gedacht, weil du meintest, die waren von vornherein als alle drei angelegt. Nein, nein, nein. Das waren sie auch nicht. Die waren noch nicht als Trilogie angelegt. Echt? Ach so. Nein, die haben halt die, also den ersten haben sie komplett mit Alex Dolls gedreht. Und dann haben sie ein Testpublikum gehabt oder was war denn? Nee, die haben es intern ausgewertet. Ich glaube, Testpublikum gab es damals noch nicht so groß. Der wirkte zu ernst, ne? Genau, das war die Sache, die man jetzt... Das wirkte ja zu Action und zu wenig... Ja, also einfach zu dramatisch auch. Also es war halt einfach... Der Ton des Films stimmte halt nicht. Er war nicht leicht genug. Und die wollten wohl zuerst auch Michael J. Fox haben, aber haben ihn nicht bekommen. Weil der Parallel da gerade in der Serie drin war. Ja, deswegen haben sie das ja irgendwie alles nachts gedreht oder abends. Was ja für keinen der Beteiligten gut war. Das ist der Biff-Spiel, Tom Wilkinson, meinte auch mal, man sieht so krass den Unterschied der Szenen, die er mit Eric Stoltz und die er mit Michael J. Fox gedreht hat. Weil er in den Szenen mit Michael J. Fox halt einfach nur krasse Augenringe hat. Weil die halt alle einfach ständig wach waren. Kaum geschlafen. Er meinte, in einer Szene, es gibt so einen White-Shot, wo er Marty schlägt. Und man sieht ihn nur im Anschnitt. Und er meinte, er ist sich ziemlich sicher, dass das noch Eric Stoltz ist im Shot. Okay. Ja, aber wie kam es jetzt drauf? Achso, TV-Sender. Ja, ach, stimmt. Ja, stimmt. Also ich glaube, wenn wir das RTL-Imperium aufhalten, die gehörten doch zwischenzeitlich auch mal Bertelsmann, oder? Ja, stimmt. Stimmt. Also dann wieder nicht mehr, glaube ich. Aber ich glaube, Thomas hat das Ende der 90er oder so an Bertelsmann verkauft. Also. Irgendwie mit einem Börsengang oder so? Ich gucke jetzt auch mal nach. Alexa, wem gehört RTL? Nur dir, mein Sohn. RTL-Bertelsmann. Oh Gott. Also Mitte der 80er Jahre bis 91 war Erich Starke zusammen mit Thomas. Bertelsmann ist die Eltern, die Mutterfirma, Vaterfirma. RTL ist eine Tochterfirma von Bertelsmann. Und 98 bis 2004, Gerd Zeiler, dann Marc Konrad, Anke Schäferkort, Frank Kaufmann. Bertelsmann gehören 75 Prozent der Anteile an RTL. Jetzt ist Jörg Graf der Chef. 75,1 Prozent der Anteile. Äh, ja. Und der Rest, 24,1 Prozent sind öffentlich. Was heißt denn das? Könnten RTL-Aktien kaufen, Dirk? Hä? Hast du da mal drüber nachgedacht? Nee. Privatfernsehen kommt wieder. Ich hab, ah, das ist aber auch blöd, weil ab 85 sendet der RTL Plus über den Satelliten ECS-1 Eutelsat, ob wir den zerstören. Aber das wird dann schon wieder, das ist ja viel zu spät. Das wäre auch gut, dass die einfachste Lösung RTL aufzuhalten ist, einen Laser aufzubauen. Pardon, einen Laser. Und einen Satelliten aus dem Orbit zu schießen. Wir schließen aber Mord komplett aus. Wieso machen wir nicht das, was du gesagt hast? Wir reisen zurück ins Jahr, äh, wir verhindern Helmut Thomas' Geburt. Auch absolut. Also bei Hitler hattest du noch moralische Zweifel angemeldet daran, aber bei Thomas ist es 45 Minuten hier ins Gespräch und wir kalkulieren die Nichtgeburt Helmut Thomas als Lösung mit ein. Also 39. Mai, circa neun Monate zurück, das heißt wir reisen ins Jahr 1938. Puh, ins Wien 1938. Wie ist denn das damals? Wien war ja neutral. So, also wir entwickeln eine Zeitmaschine, können beliebig zurückreisen, reisen ins Wien des Jahr 1938 und unsere große gute Tat gegenüber der Menschheit ist, dass wir die Geburt von Helmut Thoma verhindern, damit RTL nie gegründet wird. Wir machen das für Timo. Folgt dem Ausschwitzmuseum auf Twitter. Ja, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd formuliert. Wenn wir die Möglichkeit haben. Können wir ihn nicht einfach im Molkerei-Betrieb halten? Können wir ihm da nicht? Können wir nicht einfach ein gutes Wort für ihn einlegen bei seinem Chef und sagen, Mensch, der Herr Thoma hier, dessen Zukunft liegt in der Molke? Das Krass ist aber, bis er 1958 an der Abendschule seinen Matura nachholte. Das heißt, der war echt, der hat in der Molkerei gearbeitet und dann abends ist er in die Abendschule gegangen. Das heißt, der hatte schon irgendwie keinen Bock mehr auf Molkerei. Dann gehen wir, ja, das müssen wir ihm, wir müssen ihm sagen, okay, Thoma, deine Zukunft, du kannst gut mit Menschen, du kannst gut kommunizieren, du machst jetzt Werbung und wir geben dir den Killer-Slogan, damit arbeitest du dich hoch, Dirk, atmet gespannt, wann er weiß, was gleich ist. Ich denke die ganze Zeit, was soll da rot? Keine Bits, komm. Damit gehst du zu deinem Chef und er befördert dich zum Marketing-Chef dieses Molkerei-Betriebes. Mit uns schweben sie auf Molke 7. Und im Hintergrund siehst du schon Dirk wieder in den Kühlschrank einsteigen und denk, Alter, Klaus macht das hier alleine. Ich mache Handjob bei Herr Hedler. Das ist, glaube ich, sicherer als das hier. Wir zwei spazieren immer mit diesem Kühlschrank durch die Heide. Was heißt spazieren? Du hast gesagt, dein Kühlschrank, hat der Rollen, hat der einen Tragegriff? Nee. Ja, da kannst du ja nicht mit rumlaufen. Ja, willst du unsere Zeitmaschine irgendwo stehen lassen? Nee, aber die ist ja immer da, wo wir auch... Also das ist auch eine Out-to-Out-Maschine. Ja, ich habe auch gerade gehabt, wir reisen noch die Zeit. Können wir nicht irgendwie da in die Zukunft reisen und einen Hover-Umbau? Einen Hover-Kühlschrank, ja. Und dann kann ich gleich mir nochmal im Austausch eine neue Leber machen. Das macht mich 20 Jahre jünger. Ja. Super. Gut, also er wollte nicht mehr in der Molkerei arbeiten. Können wir ihn beim ORF halten? Da, da ist er ja, wenn ich das richtig gelesen habe, blablabla. Also 66 begann er jetzt juristischer Mitarbeiter beim ORF, wo er 68 bis 73 die Rechtsabteilung leitete. Dann wechselte er als Prokurist der Vertretung zu Radio Luxemburg. Warum denn 73 zur Radio Luxemburg? Das klingt mir schon sehr verdächtig nach Zeitreisenden. Ja, aber wieso denn als Wiener bei ORF dann nach Radio Luxemburg? Achso, du meinst, da waren wir schon. Nicht wir, aber irgendjemand anders. Achso, welche Affen waren denn das? Thomas, geh nach Luxemburg. Deine Zukunft liegt in Luxemburg. Das war bestimmt Olli Pocher oder so. Oh, das kann ich mir vorstellen. Pocher und... Jauch. Pocher, Jauch und wie heißt der andere? Hier, beide Freundinnen, ne? Achso. Mario Barth. Ja, genau. Pocher, Jauch und Barth sind wahrscheinlich im Manta dahin geflogen oder so. In dem Wer-wird-Millionär-Sitz. Ja, genau. Na, Herr Thomas, wollen Sie nicht mal nach Luxemburg reisen? Och, hier beim ORF finde ich mich in der Rechtsabteilung ganz gut aufgehoben. Gehen Sie mal nach Luxemburg. Scheiße, ey. Wie haben Sie, also da müssen wir dann hin. Dass der, der war doch, die Sache ist, glaube ich, der hatte das Gefühl, der könnte irgendwie, weil der war ja dann auch Chef bei Radio, also der war ja auch Chef vom RTL in Luxemburg, in der Radiostation. Das hätte er, glaube ich, im ORF ja nie geschafft. Und der war halt immer geil auf Chef sein. Chef sein und Geld, ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, der hätte doch Chef der Molkerei werden können. Dass wir da nochmal zurückgehen, weil ORF können wir ihn nicht geben. Du meinst, wir verkaufen ihm das als die ultimative Rache. Weißt du noch, wie scheiße du es in der Molkerei findest? Ach, du meinst, wir schicken den von der Zeit vom ORF als Rechtsberater in die Molkerei zurück, wo es keine Rechtsberatung gibt. Ja, jetzt kannst du zurück in die Molkerei und da Chef werden. Die haben gar keine Rechtsabteilung bei einer Molkerei. Die übernimmst du erstmal und dann ist der Weg nach oben doch nur noch eine Frage der Zeit. Und als Ergebnis reisen wir wieder zurück in unsere Zeit und haben Milchkartons mit lauter so Unterschichten-Comics drauf. So Bildgeschichten wie in der Bravo. Nehmen wir die Erfahrung eigentlich als Erinnerung mit und haben wir die alte Erinnerung an das alte 2020 noch? Oder da gibt es ja auch wieder paar Versionen. So, es gibt ja immer diese Version der Doppelung, dass dann plötzlich die Erinnerungen sich doppeln, dass beide Zeitlinien noch im Kopf gespeichert sind. Es gibt es, glaube ich, dass, ich weiß nicht, nur die neue Zeitlinie da ist. Ich weiß, aber die alte ... Also nur die alte ... Das ist ja Quatsch. Weil du hast ja was geändert gerade und gehst zurück und denkst, wo ist RTL? Obwohl du es gerade geändert hast. Das ist ja auch Käse. Ja, ich sitze hier zu Hause und suche die ganze Zeit auf meinem nicht ans Fernsehen angeschlossenen Fernseher. Genau. Wo ist RTL? Wie komme ich zu RTL? Ja, genau. Das ist ja Käse. Also wir reisen zurück mit zwei Zeitlinien im Kopf. Ja. Würde ich sagen. Das heißt, wir haben die RTL-Zeitlinie ... Oh Gott, stell dir vor, die Nicht-RTL-Zeitlinie ist etwas ganz Furchtbares getan. Das hat so einen Rippel-Effekt gehabt. Das heißt? Es gibt kein RTL und stattdessen gab es vor drei Jahren eine Bürgerrevolution durch die AfD. Du meinst, es gibt AfD-TV? Ja. Das gibt es doch bestimmt ... Oder der Springer-Verlag ist in die Bresche gesprungen. Und Bild-TV ... Das war ja vorhin meine Frage, ob man halt mit RTL halt einfach nicht nur Platz macht für ein anderes Übel. Ja, das ist halt ... Aber wir haben ja die Kühlschrank ja noch. Wir haben die Kühlschrank ja noch, ja. Wir könnten dann sagen, alles klar, dann gehen wir ja zurück ins Jahr 73 und bringen, keine Ahnung, Thomas Gottschalk dazu. Ich glaube, mit Axel Springer, wenn wir dem ... Aber es ist doch eigentlich Axel Springer Witwe. Das ist doch die, die sich da als ... Die Geschichte ist auch so ganz gruselig. Die hat sich doch da als Hausmädchen da irgendwie beworben und richtig gruselig da irgendwie reingearbeitet, bis sie dann halt den dann übernommen, dann alle platt und also richtig wie eine schwarze Witwe da so reingejagt. Die muss auch irgendwie mit Wut auf die Welt gekommen sein irgendwie, dass man den Weg da gehen muss. Hat auch nur würdige Nachfolger gefunden, würde ich sagen. Ja, also haben wir jetzt ... Wie haben wir den jetzt nochmal zugebracht? Wir haben ihn beim ORF ins Jahr ... 73, da haben wir eben gesagt ... Da finden wir ihn wahrscheinlich auch besser, weil es halt einfach ... Der ORF ist ein bisschen übersichtlich. Ja, dann sagen wir also frühe 70er, 71, 72. So sichere Ball. Genau. 72 ist ja auch nichts Weltbewegendes passiert, was wir mit der Zeitmaschine verhindern könnten. Es waren gerade olympische Spiele in München, aber die sind ohne Vorfall abgelaufen, glaube ich. Ja. Beziehungsweise, ja, genau. Das heißt, da sagen wir ihnen, oh, guck mal hier, Medien sind alles so brüchige Sachen. Was brauchen die Menschen? Milch. Selbst die Vegetarier. Ja. Und das wollen sie aber nicht glauben, außer jemand kann es ihnen rechtlich verkaufen. So. Denn nichts verkauft so gut wie Fakten, die von einer Rechtsabteilung bestätigt werden. Ja. Und auch kreiert. Und der sieht ja auch so ein bisschen, er hat ja auch so einen schwabbeligen Milchhals. Stimmt, ja. Dass man vielleicht ihn immer so als Testimonial nimmt und ab dem ersten Kinn nach unten seinen Hals immer so weiß einfärbt. und sagt von ihm, das ist der Milchhalsthoma. Das können wir ihm vielleicht noch sagen, so als heißer Tipp aus der Zukunft. Weißer Anzug, weißes Hemd, weiße Krawatte. So wird er zum Chef der Milch. Ja. Genau. Sieht so ein bisschen aus wie, wahrscheinlich wie Monk Freeman als Almighty Gott. Hast du den kürzlich gesehen, den Film? Ja, der liegt letztens irgendwo. Ich glaube, über Weihnachten lief der Film. Jede zweite Anspielung auf die Popkultur ist auf Bruce Almighty. Natürlich, er ist dem Spiel zu tief reingedrückt. Ja, naja. Dann macht er seine eigene Firma auf, Dieter Thormilch. Helmut Thormilch. Jürgen, wie heißt er noch? Helmut. Helmut. Helmut Thormilch. Wieso Thormilch? Weil er Thoma heißt. Wieso, kannst du nicht Thoma-Milch heißen? Thoma-Milch? Thoma-Milch. Thoma-Milch. So haben wir schon wieder fast eine Melodie, die nicht aus dem Kopf verschwindet. Ja. Das ist wahrscheinlich das Erste, was Timo dann, wieso, RTL? Kennt keiner. Oh, die neue Thoma-Milch. Und vielleicht bringt die Thoma-Milch sogar irgendwie diesen rechten Müller weg. Ja, eben. Okay, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie Thoma eingestellt ist, aber ich weiß jetzt nicht, ob das der politische schlägt. Meiner Ansicht nach klingt er nach einem ziemlichen CDU-FDP-Prototyp-Wähler. Gott, ich hoffe, dass er nicht irgendwie dafür dann in die Politik geht. Oh Gott. Komm, wir kommen wieder. Und es gibt einen Kanzler Thoma vom Vereinigten Deutschland-Österreich, vereint durch Thoma-Milch. Ich baue mir, glaube ich, echt irgendwie ein bisschen heimisch dann im Kühlschrank irgendwie. Das ist wahrscheinlich eine längere Zeit. Gar nicht zurückreisen, einfach nur im Kühlschrank wohnen, um Ruhe zu haben. Nein, ich meine, weil wir dann ständig irgendwie was. Ist das nicht auch die Idee, dass wenn man anfängt, dann muss man halt alles … Ja, vom Hundertsten ins Tausendste. Bei Sliders waren es doch immer Paralleluniversen. Da haben die doch immer davon ausgegangen, dass es halt etliche Zeitlinien gibt. Und somit verändert man nicht die Zeit, sondern man ist immer nur an einer anderen Zeitlinie. Und da sind alle gleich … Also die Menschen sind auch immer alle gleich Anzahl, bla bla bla, bloß halt irgendwie die Möglichkeiten … In der nicht immer, je nach Budget. Aber es gab auch irgendwie Folgen, die in der Dinosaurier-Welt spielten, wo der Kometen ja eingeschlagen ist. Oder der Asteroid. Und halt so typische, die Nazis haben den Krieg gewonnen, die Kommunisten haben den Krieg gewonnen. Da gibt es ja mittlerweile auch schon ein paar Serien. Mexiko hat den Krieg gewonnen. Der mexikanisch-amerikanische Krieg. Das war kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Ach, okay. Worum ging es da? Dass da halt Amerika halt auch nicht nur die Indianer, sondern die Mexikaner platt machen wollte? Ich glaube um Territorium. Ja, gut. Also ich glaube es war ein Territorialkrieg, wenn ich mich recht erinnere. So viel weiß ich auch nicht drüber. Ich weiß noch, dass das halt … Deswegen waren die amerikanischen Truppen relativ gut auf den Ersten Weltkrieg vorbereitet. Was ja die europäischen Truppen Anfang des Krieges nicht waren. Die sind ja teilweise noch mit bunten Uniformen und auf Pferden an die Front geritten. Können sie ja. Aber wir haben den kleinen, dicken Thoma dazu gebracht, in seiner Molkerei zu bleiben. Oder beziehungsweise in der Molkerei, die ihm dann gehört. Beziehungsweise haben ihn wieder zurückgeschickt. Und sich bis zum Milchkanzler hochzuarbeiten. Ja, also wir haben ihn Matura nachmachen lassen, Rechtsabteilung, ORF und dann sagen, alter, Molkerei, weißt du noch? Ja. Du alter Milchhalz. Und stattdessen gründet Gerd Müller-Gerbes Wiebitte.tv das Netzwerk. Wie heißt nochmal der Ex von der AfD, der dann irgendwie diese Europapartei aufgemacht hat und anfangs immer Gold verkaufen wollte? AfD-Gold. Der hat doch irgendwie auch so seine Senioren-Verschwörungspartei aufgemacht. Ja, naja. Ich finde, wenn die alle ihre einzelnen Extremen in einer separaten Partei ausleben würden, finde ich es gar nicht verkehrt. Ja, das war ja auch das erste Mal, dass in der deutschen Geschichte zumindest, dass sich vom konservativ-rechten Flügel was abgespalten hat. Davor ist ja immer nur der linke Flügel zersplittert. Wobei, ich kann es ja jetzt auch nicht mehr sagen, wo die Grünen in Österreich mit Kurz in Koalition sind. Stimmt, das ist auch ganz neu, ne? Ah, meine Güte, ey. Das ist gestern Karl Lauterbach hat auf Twitter geschrieben, wundervoll. Die Grünen bekommen ihre Klimapolitik und die Schwarzen schicken alle Ausländer aus dem Land. Aber gut, ne? Man muss immer irgendwelche Kompromisse machen. In diesem Sinne. Findest du mit Dirk und Klaus? Findest du mit Dirk und Klaus auf allen Podcast-Apps außer Spotify. Auf YouTube. Auf Gmail. Habe ich nicht schon E-Mail-Adresse gesagt? Ne. Findest support at gmail.com oder findest at gmail.com. Schreibt sicherheitshalber an beide. Ich glaube, wenn ich den Ordner aufmache, beziehungsweise die Adresse, den, wie sagt man, wie öffnet man das? Postfach, so. Dann kommen wahrscheinlich einfach nur so tausend sexy Nachbarinnen-Vorschläge. Sexy Nachbarinnen aus ihrer Umgebung. Ja. Nur zwei Kilometer entfernt. Definitiv keinen Wunsch nach Beziehung. Nur wenn sie bereit sind, klicken sie hier auf Yes. Ja. Oder vielleicht kriege ich eine Nachricht von Helmut Thoma Milchprodukten. Ich habe euch gehört. Ich wusste, dass dieser Tag kommt. Jemand hat mir gesagt, früher oder später werden zwei Podcaster über mich reden. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr das seid. Zwei komisch aussehende, bärtige Typen. Der eine könnte gut auch geschminkten 70 Jahre alten abgeben. Der andere, äh, Waldmoos. Waldmoos. In diesem, das war der Waldmooshammer. Das wäre uns vielleicht auch erspart geblieben, diese ganze Karnevals-Scheiße im Fernsehen. Die ist jetzt schon wieder? Nein. Nee, aber RTL hat es doch so Mainstream-fähig gemacht. Ja, wegen Köln halt. Ja, eben. Und ich meine, ansonsten, so WDR guckt ja keiner, außer Oma der Umweltsau. Aber da können wir auch gleich drüber reden. Ja, in diesem Sinne.